Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega Ombre und in meinem siebten Donnersterry habe ich mich dazu entschieden, nicht mein eigenes Gameplay zu verwenden, sondern ich denke mir, dass ich in Zukunft für die Donnersterries auch öfter mal eure Gameplays verwenden werde. Deswegen, wenn ihr ein extrem gutes Gameplay habt, dann schickt mir einfach mal einen Kommentar, dann schaue ich, wenn ich mal die Zeit habe oder wir in der Lobby zusammen sind, dass ich mir das mal angucke und dann seht ihr vielleicht schon demnächst euer Gameplay, während ich meinen Donnersterry abhalte. Das wäre doch auch mal eine feine Sache, oder? In der heutigen Woche ist das Gameplay von meinem Kumpel Killer Dark, der hat hier ein extrem, extrem starkes Gameplay abgeliefert, muss ich sagen, auf Raid. Ich finde das Gameplay aus dem Grunde super stark, weil er hat A nicht in einer vollen Party gespielt, sondern er war hier glaube ich alleine unterwegs und B hat da wirklich unglaublich gut die Map navigiert, hat die Gunfights schön zu seinem Vorteil aufgesetzt. Ich meine, dass er drei oder viermal, glaube ich, Orbital in dem Spiel geholt hat, hat sicherlich seinen Beitrag dazu geleistet, aber ich finde dennoch ein extrem starkes Gameplay für ein Team Deathmatch, hat hier einen super Score rausgelassen und ist generell ein extrem starker Spieler. Ich habe also auch schon sehr oft mit ihm zusammengespielt, schon die letzten Call of Duties und denke mal, das Gameplay wird euch bestimmt gefallen und hoffe, dass es für euch auch in Ordnung ist, wenn es jetzt diese Woche oder ab und zu mal nicht mein Gameplay ist. Ich denke, das bringt auch so ein bisschen neuen Schwung mal rein, einfach mal ein bisschen was anderes zu sehen und ja, denke mal, das sollte eigentlich ganz gut sein. Dann noch eine kurze Info für euch und zwar ist es so, dass ich ab nächsten Dienstag im, ich möchte doch sagen, wohlverdienten Urlaub sein werde. Meine Freundin hat gerade ihr Studium beendet mit einer sehr guten Note. Ich habe kürzlich erst meine Probezeit in meinem neuen Job bestanden und da haben wir jetzt seit einiger Zeit geplant, dass wir uns da eine kleine Auszeit gönnen wollen und werden dann vom 16. bis zum Ende Juli weg sein. Wir sind in Fuerteventura, einfach mal wirklich komplett abschalten, ein bisschen Strand und so. Ich werde dann auch in der Zeit wahrscheinlich gar nicht online sein. Also wundert euch bitte nicht, wenn ich in der Zeit nicht auf Kommentare oder Nachrichten antworten sollte, dann hat das einfach den Hintergrund, dass ich da einfach mal komplett abschalte, damit ich, wenn ich dann auch wiederkomme, wirklich mit Vollgas wieder durchstarten kann und in gewohnter Qualität meine Videos produziere. Soll aber nicht heißen, dass in der Zeit, in der ich weg bin, gar nichts passieren wird. Also ich werde mir die größte Mühe geben, am Wochenende zumindest ein, wenn nicht sogar zwei Donnerstarys vorzuproduzieren. Das heißt, im besten Falle kommt dann auch an jedem Donnerstag, wenn ich weg bin, also da fallen glaube ich zwei Donnerstage rein, trotzdem ein Video von mir hoch. Das werde ich dann so einrichten, dass ihr das gar nicht merkt, also dass dann trotzdem Donnerstag, 10 Uhr jeweils ein Donnerstary hochgeht. Und wie gesagt, haltet das nur im Hinterkopf, wenn ich nicht auf die Kommentare oder so antworte, dann liegt es einfach daran, dass ich nicht im Lande bin. Ein kurzer Hinweis, ihr habt es vielleicht mitbekommen, aber ich will es euch trotzdem nochmal sagen. Einige sind ja sicher auch schon ganz heiß auf das neue GTA, der fünfte Teil, der ja im September rauskommen wird. Ist heute aktuell ein Video rausgekommen mit ersten richtigen In-Game-Szenen und richtigen Gameplay. Okay, schaut am besten mal vielleicht auf dem Channel von GameStar, habe ich es glaube ich zum Beispiel gefunden, da war das gerade das aktuellste Video. Guckt euch den Trailer mal an, also ich muss sagen, ich habe ja schon in einem meiner letzten Videos angekündigt, dass das auf jeden Fall ein Titel ist, den ich dieses Jahr noch ausgiebig zocken will. Die anderen Teile waren ja auch schon alle erstklassig, aber es war echt nochmal viel, viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Also das ist echt mal Next-Gen, muss ich sagen. Schaut richtig, richtig geil aus, man hat richtig schön viel Freiheit und absolute Empfehlung. Also wenn euch das vielleicht so ein bisschen interessiert, nur guckt euch das auf jeden Fall mal an, weil da denke ich, holt man sicherlich eine Menge Spaß raus und vor allem auch super, super viel Spielzeit. Also da kriegt man noch richtig was für sein Geld geboten, ganz im Gegensatz zu anderen Spielen mit teuren DLCs und so. Entschuldigung. Wenn ich dann aus dem Urlaub zurück bin, dann ist auf jeden Fall auch als erstes auf meiner Speisekarte das Dual-Com mit Sakuza, Halbwurm, ist ja der YouTube-Channel von ihm. Das haben wir schon relativ lange geplant und mussten es immer wieder so ein bisschen verschieben, weil dann hat es bei mir wieder zeitlich nicht gepasst, dann ging es bei ihm wieder nicht so gut. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das ich mich schon super, super freue, das wird super geil. Wir werden uns da im Vorfeld auch so ein bisschen Themen überlegen und das wird sicherlich dann auch ein etwas längeres Video, also vielleicht werden wir da auch so 20, 30 Minuten quatschen. Vielleicht nimmt es dann so ein bisschen so ein Podcast-Charakter vielleicht schon sogar an das Video. Da habe ich auf jeden Fall hohe Erwartungen an das Video und denke mal, das kommt bestimmt bei euch auch ganz gut an. Sein Channel ist ja auch immerhin super erfolgreich unterwegs, also wie gesagt, Halbwurm, sucht mal nach ihm. Der macht auch richtig, richtig geile Call-of-Duty-Videos, neuerdings jetzt auch Battlefield, macht auch Tutorials für Videobearbeitung, aktuell hat er für Farbkorrektur was rausgebracht. Also super interessantes und informatives Zeug, also auf jeden Fall mal einen Blick riskieren und abonnieren den guten Mann, sagt ihm von wem ihr kommt, das wäre geil. Und genau, also das Dual-Com ist auf jeden Fall für August geschedult, das muss auf jeden Fall sein. Ihr könnt ja mal sagen, was euch vielleicht so an Themen interessieren würde, wenn ihr da irgendwas Bestimmtes habt, über das wir reden sollen oder was wir vielleicht zocken sollen. Ich hatte vielleicht mir überlegt, das ist vielleicht mal ganz abwechslungsreich, wäre irgendwie ein alten Call-of-Duty-Teil vielleicht als so kleine Untermalung unter das Video zu bringen. Vielleicht Modern Warfare 2 hatte ich da so ein bisschen im Kopf, weil das haben wir zu der Zeit, wo das rauskam, glaube ich auch das ganze Jahr zusammen Hardcore-mäßig durchgezockt. Und da denke ich mal, kommt vielleicht sogar auch so ein bisschen Nostalgie-Feeling mal auf. Aber lasst mich mal wissen, ob das für euch auch in Ordnung wäre, wenn es da einfach mal irgendwie ein paar Runden MW2 zu sehen gäbe, wo wir zusammen zocken. Ich denke mal, das könnte sicherlich auch ganz interessant sein. Ah, schade, den letzten Kill hätte ich ihm schon noch gegönnt und die Killcam dazu, aber auch so, 40-3, hammerstarker Score und wie gesagt, fand ich super geil das Gameplay. Danke, dass ich das benutzen durfte an der Stelle nochmal, sehr cool und ich hoffe, es hat euch auch einen Gefallen. Gut, Jungs und Mädels, dann wie immer ein ganz tolles Wochenende für euch. Weil es heute nicht ganz so lang war wieder, gibt es noch das Play of the Week vom Mega Ombre, also dann kriegt ihr wenigstens doch noch einen kleinen Clip von mir zu sehen. Ich sage derweil schon mal Tschüss, verschwinde nächste Woche Dienstag in den Urlaub und wie gesagt, ein paar Videos sind dann auf jeden Fall geschedult, sodass ihr weiterhin unterhalten werdet. Und ich melde mich dann auf jeden Fall fleißig in den Kommentaren wieder, sobald ich aus dem Urlaub zurück bin. Also, bis dahin, macht's es gut, euer Ombre. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.